Servus, ich grüße dich, der Helmut ist hier und das bedeutet mir wirklich viel, dass du heute bei dem Video mit dabei bist. Dieses Video will ich seit Monaten, ist gar nicht so übertrieben, also weit länger als Monat, vielleicht tatsächlich sogar schon seit zwei Monaten drehen. Und ich habe es nie geschafft, nicht aus zeitlichen Gründen, sondern wirklich aus emotionalen Gründen. Und zwar, weil mich dieses Thema ganz, wirklich ganz, ganz extrem getriggert hat. Es triggert mich immer noch ein bisschen wahrscheinlich, aber wirklich extrem getriggert hat. Und wahrscheinlich wäre es auch nicht gut gewesen, ich habe wirklich versucht ein Skript zu schreiben, nicht ein Skript, aber ich habe das, glaube ich, gefühlte hunderte Male umgeschrieben, weil ich ja gemerkt habe, dass da wirklich ein Schmerz des Mitleides, ja Mitleides, nicht Mitgefühl, wirklich ein Schmerz des Mitleides in mir ist. Und da wäre wahrscheinlich sehr stark die Gefahr gewesen, dass ich da politisch unkorrekte Aussagen getroffen hätte. Vor allem in dem Video heute geht es auch darum, wenn ich sage, ein offener Brief an alle, die den Metzelda da verurteilen. In dem Video geht es heute wirklich um die Wahrheit aus der Sicht eines Opfers. Und ein Problem ist, glaube ich, generell bei diesem Thema, wenn man bei diesem Thema die Wahrheit irgendwie unverblümt raussagt, dann tritt man wahrscheinlich an Shitstorm los, dass man sich wahrscheinlich hinten nachfragt, ob man vom Tsunami geküsst worden ist. Könnte ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, aber diese Gefahr sehe ich sehr, sehr stark. Und zwar die Wahrheit ist auch unter Anführungszeichen es, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit, deswegen sage ich aus der Sicht eines Opfers, das aus der Opferrolle herausgekrallt ist, würde ich sagen. Und zwar berichte ich aus meiner Perspektive, und ja, du hast richtig gehört, als Opfer, wobei, als Opfer in dem Sinn jetzt nicht, dass ich Opfer von Kinderpornografie wurde, sondern ich wurde als sehr kleines Kind sexuell missbraucht. Und tatsächlich hat mich das, das ist jetzt ein, nee, das ist auch falsch. Ich hätte jetzt fast im ersten Moment gesagt, 40 Jahre meines Lebens ruiniert. Ruiniert ist falsch gesagt, aber in einer gewissen Art und Weise hat es mich 40 Jahre meines Lebens gekostet. Das heißt, es ist kein einfacher Weg daraus gewesen. Das ist ein ganzer, brutal schwerer Weg, aus dieser Opferrolle daraus zu krallen, zu kriechen, krallen, ist wirklich so. In meinen Augen der treffende Ausdruck, weil so aufrichtig rausmarschieren, das war eigentlich nicht so der Fall. Das wirklich, das wirklich Paradoxe an diesem Thema ist, dass vor 20 Jahren, und also echt, da war das nicht, aber ich würde wirklich wetten drauf, wenn das vor 20 Jahren geschehen wäre, dann wäre ich einer der ersten mit dabei gewesen, der geschrien hätte, ey, Nagelzinn ans Kreuz, Augustin Christoph, so eine Schweine, da gehört das Teil abgehackt, so eine Drecksau. Und ich wäre wahrscheinlich an erster Front von den Leuten mit dabei gewesen, die gesagt hätten, ja, verurteilt ihn. Und Brinken auf den Scheiterhaufen sozusagen, natürlich Scheiterhaufen jetzt nicht, aber schon, wo ich jetzt dann wahrscheinlich da gestanden wäre, gesagt hätte, ja, so jemandem gehört, richtig brutale, schlimme Strafe gegeben. Und daher kann ich das auch verstehen, dass das im Grunde in der Bevölkerung bei fast allen auch so ist. Und das Komische ist, wenn man dann wirklich, also damals, ich hätte damals ja nie zugegeben, dass ich ein Opfer bin sozusagen. Damals hätte ich nie, ey, ich bin ein Opfer. Und wahrscheinlich wäre das als starker, weil ich mich damals nicht mir selber eingestehen, mich nicht getraut habe, zu sagen, dass ich ein Opfer bin, hätte ich wahrscheinlich mit drauf gedroschen auf den. Und weil es eine Möglichkeit gewesen wäre, wahrscheinlich meine inneren Wut ist vielleicht, ja, Wut, Verhalten, ich weiß es nicht, irgendetwas, das innen in dir kocht, das in dir brodelt, aber da, wo richtig das zugekorkt ist, bis zum Gehtnimmer irgendwie. Und da wäre es eine Möglichkeit gewesen, wie beim Druckkochtopf das Ventil zu öffnen und rauszupfeifen. Und so in der Art wäre das wahrscheinlich gewesen. Daher ist das etwas, etwas auch paradox, muss man jetzt so ganz ehrlich sagen. Oder für mich wirkt es, oder ja, könnte nicht nur für mich, für den einen oder anderen, wenn du das hörst, paradox erscheinen mit dem, was ich heute sagen werde. Denn das, was ich heute sagen werde, ich möchte nicht zu einer Hexenjagd, zum Metzelda beitragen, auch nicht das Gegenteil. Und vorher ganz klar zu stellen, ich bin kein, wie soll ich das sagen? Ja, ich, nee, ich habe eh alles gesagt. Ich erzähle das aus der Sicht des Opfers. Und warum eigentlich, und das ist meine Meinung dazu, jeder darüber nachdenken soll, ob es richtig ist, jemanden so öffentlich zu verurteilen. Und zwar, mir ist es extrem aufgefallen, eben so circa vor zwei Monaten, deswegen sage ich es wirklich, vor zwei Monaten, ich wollte damals schon so einen offenen Brief, eine Videobotschaft machen. Aber da bin ich immer wieder, wenn ich das Skript geschrieben habe, ich habe geschrieben, ich dachte, Helmut, so kannst du das nicht bringen, weil das wahrscheinlich auch die wenigsten Menschen verstehen würde. Denn dieses Thema ist so extrem tabuisiert worden bei uns. Und die Wahrheit zu diesem Thema, die wird so gehütet, dass du das Gefühl hast, es ist das strengst gehütete Geheimnis auf dieser Welt. Und aus Sicht des Opfers, es ist ein komplett, es gibt zwei Sachen dazu, glaube ich. Das erste ist, dass die Sexualität eigentlich unsere Lebensader ist, unsere Fortpflanzung. Daher ist es wahrscheinlich ganz extrem mit Scham besetzt, auch für uns, mit der Möglichkeit der Fortpflanzung und so weiter. Daher ist das wahrscheinlich, ja, Scham ein extrem sensibles und heikles Thema, denn in uns genetisch reinprogrammiert ist, dass wir das Leben weitergeben wollen. In jedem von uns, glaube ich, ist es, dass man das Leben weitergeben will. Und deswegen, und nicht jeder schafft das überhaupt, glaube ich. Und ich glaube, da ist ja, viele Leute, die das nicht schaffen, haben eine tiefe Traurigkeit in sich. Und deswegen glaube ich, dass das ein extrem sensibles, hochexplosives Thema ist, zu einer Seite. Und vielleicht, weil es so ist, wird es dann auch noch, wir werden ja auch so auferzogen von Kind auf das, was ganz Böses und Kinderbedürfnis, Kinderbedürfnisschutz, also absolut, also nicht, dass das einer falschen, absolut Kinderbedürfnisschutz ist. Das ist meine absolute Lebensmeinung, Lebensphilosophie. Kinder können sich selber noch nicht wehren. Die können ja noch nicht logisch nachdenken. Die bedürfen wirklich an einer Respekt und verantwortungsvollen Behandlung. Ja, und genau da sind wir auch beim Punkt. Deswegen sollte wirklich jeder nachdenken, ist das eine Respekt und verantwortungsvolle Behandlung den Opfern gegenüber, wenn man öffentlich das so verurteilt. Und zwar, ja, krass, ich rede jetzt frei in die Kamera und ich habe mir echt seit zwei Monaten ein Skript geschrieben und ich denke mir gerade, so wie ich jetzt angefangen habe, passt das wieder, was ich geschrieben habe, gar nicht, gar nicht irgendwie dazu. Aber ist ja egal, ich könnte das Video, kann ich ja, wenn es nicht passt, noch einmal drehen. Wir sind ein paar Influencer, also quasi eigentlich direkt wirklich Influencer, die auf Instagram, auf YouTube groß sind, die wirklich sich auf die Gegenseite vom Ezelder aufgestellt haben und der kriegt viel zu wenig Strafe und wirklich gefordert haben, wie ich sage, so eine Hexenjagd, so eine Hexenjagd aufgerufen haben, der gehört viel mehr verurteilt und so weiter. Und ich würde jeden einladen, das zu überdenken, ob das der richtige Weg ist. Ja, es ist nicht gut, was der gemacht hat und das ist falsch. Bei manchen Influencer, zum Beispiel, wenn ich den Oliver Bocher, dann könnte ich trotzdem abrutschen in einer sehr, sehr politisch unkorrekte Art und Weise. Zum Beispiel, der Oliver Bocher, der hat mich am meisten getriggert, weil, wenn ich den so verfolge, der ist mir immer irgendwo untergekommen und ich habe mir echt gedacht, das ist ein richtiges, dreckiges Leben. Eine richtige, dreckige, dreckige, versiffte Kreatur, menschliche Kreatur. Wo ich mir echt so gedacht, so der typische Psychopath, der sich nur an Regeln hält, weil er dafür bestraft wird, ansonsten, wenn der sich ausleben könnte, würde der wie ein Irrer, wie ein Berserker, der würde, boah, brutalste Sachen aufführen. Und der hat ihn so ganz extrem verurteilt. Bei dem habe ich mal gedacht, so wie ich aus Schmerz geschrien hätte, vielleicht ist das bei ihm auch aus Schmerz, weil ihm das passiert ist, aber bei ihm denke ich mir eher, da habe ich das Gefühl, der hat es aus Neid, ruft er zur Hetze auf. Weil er sich das einfach nur nicht getraut, weil er Angst vor den Konsequenzen hat. Aber im Inneren ist das so ein perverses, pedophiles Dreckschwein. Ist so meine, ganz persönlich meine Wahrnehmung. Falls es falsch ist, Entschuldigung dafür, Oliver, aber halt so ist meine Wahrnehmung. Die hat mich also sehr, sehr extrem getriggert, weil er auch so diese ganzen Fakten, wie er die gebracht hat, so mit einer Freude von den Sachen, von den, das waren schon ein paar perverse Sachen, die er so vorgelesen hat, aber die, die er auch pervers gemacht hat in seinen Vorlesungen. Und die Sache ist die, damit ich den Faden eben komplett verliere jetzt. Mich hat das 40 Jahre gekostet, aus diesem herauszukrallen. Also wenn wir da jetzt reden, Kinderpornografie oder Kindesmissbrauch, das ist für mich sehr, sehr verwandt. Wenn es für dich nicht so ist, okay, dann, Thema verfehlt, du musst ein anderes Video gucken. Aber für mich ist das sehr, sehr ähnlich und sehr, sehr gleich. Ich glaube, ob jetzt jemand beim Kinderporno mitgemacht hat, also ob der beim Missbrauch gefilmt worden ist oder nicht, dass das zum Fünfjährigen, dass der das vielleicht gar nicht checkt oder mitkriegt jetzt an dem Prinzip oder an den Zehnjährigen. Ist so. Meine Meinung, weil da sitzt der Edit dann dabei, wenn die das irgendwo gucken oder wie auch immer. Also ich glaube, das ist sehr, 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 sehr ähnlich. Und es wird so dargestellt, es ist mir halt aufgefallen, von denen, die zur Hexjagd aufrufen, so dargestellt, auch der Simon Teichmann, den ich eigentlich cool finde in vielen Bereichen, da habe ich mal gedacht, boah, ich wollte schon direkt ein Message und das Video schreiben, wie der so geredet hat, wie ein Kinderleben zerstört wird aus diesem Akt heraus des Missbrauchs. Und ich kann dir eines sagen, also ich war vier oder fünf Jahre alt, ich glaube eher vier, du hast da gar keinen Plan, was da eigentlich passiert. De facto, das Leben von dem Akt null zerstört. Null. Zero. Nada. Niente. Nix. Das ist völlig egal. Völlig egal. Und das meine ich jetzt echt aus meiner Sicht des Opfers heraus und aus einer Sicht des Opfers, der es geschafft hat, hier rauszukrallen. Nein, es ist ganz schwer, weil wenn du Hilfe suchst in vorn, da bist du aufgeschmissen, weil die wollen dich alle runterziehen, rein ins Loch, wo die alle, nur mein ganzes Leben ist scheiße und der ist schuld und nur wenn der hingerichtet werden würde, dann wäre mein Leben besser. Aber selbst dann, wenn die hingerichtet oder der Vater oder die Mutter oder der Onkel, wer das immer gemacht hat, hingerichtet werden würden, dann hätten die noch immer Ausrede, warum deren Leben noch immer scheiße ist. Also das verändert, verbessert das Leben nicht und deswegen sage ich aus der Sicht jemand, der wirklich herausgekrochen ist aus dieser Opferrolle, aus dieser Scham, ist ja eine ganz extreme Schamrolle. Und aus diesem Gesichtspunkt, von diesem Winkel sage ich, es bedeutet nichts. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich eigentlich mache. Im Gegenteil. Vielleicht, dass das vielleicht der eine oder andere etwas besser verstehen kann. Wer missbraucht, vielleicht auch missbraucht worden ist, vielleicht findet sich da auch der eine oder andere wieder. Bei mir war das eigentlich so, dass ich mich gefreut habe. Bei mir war das mit meinem Vater und ich habe mich darüber gefreut, ich habe doch meinem Vater etwas Gutes getan. So irgendwie. Ich habe eine Bestätigung ja auch dafür gekriegt von meinem Vater. Und noch, das ist jetzt direkt aus der Sicht eines, ja wie soll ich das jetzt dann sagen, dann habe ich das eigentlich mit meiner Schwester in einer Competition sozusagen gesagt, dass ich das mit dem Vater gemacht habe. Der Vater daneben hat das gehört, der ist völlig ausgedickt. auch eine, das war vor der Schule, vor dem Schulgebäude, wir haben meine Schwester von der Schule abgeholt und das hat auch eine erwachsene Frau, ich weiß sogar wer noch und kann mich ganz genau daran erinnern, mitgekriegt. Und mein Vater hat mir sofort so bam, die Hand vor den Mund mich weggezählt und da weiß ich noch, da habe ich da diese Frau, eine Nachbarin von uns, ganz genau in die Augen geguckt, die hat ganz genau gehört, was ich gesagt habe, was zu Hause abgelaufen ist und die hat nichts dazu gesagt, das nur einmal so nebenbei erwähnt. Mein Vater hat mich dann um die Ecke gezerrt und mir erzählt, dass das nie passiert ist und dass keinem und keinem darf ich das erzählen und schon gar nicht der Großmutter, das war eigentlich, das ist ein bisschen witzig, hinten nach habe ich manchmal ein bisschen grinsen müssen, seit ich da draußen bin, was hat er da vor der Großmutter, da hat er mehr Panik gehabt als vor der eigenen Frau, wenn die das wüsste. und in dem Moment, ich muss dir noch einmal vorstellen, habe ich so eine Art wie Zurückweisung erlebt, so wie wenn man jemanden etwas wegnimmt, so jetzt darf ich das gar nicht mehr machen, verstehst du, was ich meine? Weil du gar keinen Plan hast in dem Alter, was du da eigentlich machst und das ist überhaupt noch nicht mit Scham besetzt, weil da bist du ja überhaupt noch in einem komfortpflanzungsfähigen Alter, da ist das im Hirn noch nicht verbunden, vielleicht irgendwie schon nach Freude, gar nicht unbewusst, aber da fehlt da eigentlich jedes Scham, Schuld oder sonst irgendwie Bewusstsein dafür. Und de facto, wenn das ganz, jetzt sage ich etwas ganz Brutales und ich hoffe, wenn du bis jetzt zugehört hast, kannst du das auch so ungefähr nachvollziehen. Wenn das normal wäre, dann wäre ich ohne Schaden aufgewachsen. Wenn das normal gewesen wäre, dass das kein Verbrechen wäre, dass das üblich wäre, wäre ich ganz normal aufgewachsen, hätte ich überhaupt keinen Schaden gehabt, hätte ich überhaupt nie diese Schaden, ich habe andere Trauma auch noch in meiner Kindheit, aber von dem hätte ich keinen Trauma nicht gehabt, weil dann hätte ich gedacht, das ist normal, passt, ich hätte mal gar nie einen Kopf drüber gemacht. Daher aber, dass mein Vater das so geheim halten, mich so gezwungen hat, das geheim zu halten, dadurch ist ja erst dieses Trauma entstanden, aha, da ist etwas und dann bleibt das ja im Kopf drin, das ist ja vielleicht echt daher, dass ich das so als extreme Zurückweisung erlebt habe und irgendwann kriegst dann das halt mit, dass das eigentlich ein Verbrechen ist, eine Sauerei, da gucken deine beiden Eltern Fernsehen und sagen, da wird Aktenzeichen XY, Kind missbraucht worden, ach, was für Schweine, ja, und mein Vater selber, ja, dem gehört der Schwanz abgehackt, verstehst du das so in der Art und du checkst das alles nicht und dadurch wirst du ja schon fast irre als Kind eigentlich und das Schlimme ist aber, und deswegen wegen dieser Hetzjagd, jetzt dann komme ich zu diesem Punkt, was es so schlimm gemacht hat, war ja nicht nur wegen meinem Vater, weil du dann mitkriegst von allen, also jetzt dann im Fernsehen, alle sagen in den Zeitungen, sowas ist etwas ganz Schlimmes, was ganz Böses, jetzt hast du es schon eine Zeit lang in dir und das Problem, das du eigentlich hast, sind die anderen, also das ist nicht das, was passiert ist, klar, du gehst hier und sagst, das was passiert ist, weil alle sagen, das ist schuld und deswegen ist es ja auch so schwierig, da rauszukrallen, weil alle sagen, ja, ja, der Täter ist schuld und der hat was gemacht und das ist eigentlich dein Problem, nein, mein Problem war das, dass ich Probleme, mich nicht getraut habe, mich anderen zu öffnen, weil alle gesagt haben, das ist so abartig, das ist so pervers, hey, das ist unglaublich und du traust dich ja mit Kahn darüber zu reden, du denkst, du bist der Einzige, dem so etwas passiert ist und du denkst so, ach du Scheiße und später dann, wenn du in die Pubertät kommst und so weiter, dann wird das erst so richtig brutal, sagen wir es einmal so, weil wahrscheinlich kriegt man dann eben ein anderes Bewusstsein, dann kommen wahrscheinlich neue Verkettungen im Gehirn, ich schätze einmal, da gibt es gar keine richtige, nee, ich schätze einmal, da würde ich sogar wetten, dass es da gar keine richtige Forschung gibt und dass da die Psychologie so noch nicht einmal im Mittelalter angekommen ist, noch in der Steinzeit irgendwo ist und das ist so dieses große Problem und das ist auch das, was mich so getriggert hat an diesem Ganzen, daher ist so mein Aufruf, über jeden nachzudenken, ist es gut, öffentlich so das so negativ hinzustellen, denn so wie es hingestellt wird, als Opfer denkst du, das ist ja eben genau das, weil alle sagen, das ist so ein armes Schwein, das Leben ist verpfuscht, du stehst dann da, mein Leben ist verpfuscht, ja, Alter, das Einzige, was da bleibt, ist der Hass, hassen, so richtig hassen, das ist das Einzige, was da bleibt, weil die ganze Welt sagt dir, Alter, der Leben ist verpfuscht, du kannst zwar nichts dafür, aber das ist ekelhaft, das ist grausig, du bist ekelhaft, du bist grausig, deswegen traust du ja kein Anderen dich anvertrauen und ich weiß ja heute nicht, wohin diese, ich hatte echt Perversionen, also nicht Perversionen, aber Sachen, die echt abartig waren in meiner Sexualität als Jugendlicher, dass ich mit einer Frau, bist zwar geil, aber ich konnte mit der nach dem Sex nicht im gleichen Bett sein, hatte klaustrophobische Panikattacken, also wirklich Platzangstattacken, wenn die mich berührt hat und so weiter und ich wusste eben nie, wo das herkommt und dann kannst du ja keinem anvertrauen, weil du nicht traust und so weiter und heute kann ich sagen, wirklich, eines der Sachen ist eben das, weil das von außen, von den anderen Leuten so verurteilt wird, ich meine jetzt nicht, dass man sagt, hey, das ist super, weil ich nicht glaube, dass das wirklich gut ist für die Entwicklung von einem Kind, aber und ich hoffe, du verstehst mich jetzt richtig, viel schlimmer ist diese öffentliche Verurteilung, auch der Täter, es wird ja nicht der Täter, du siehst ja nicht, dass der Täter verurteilt wird, sondern der Akt, als Opfer siehst du, der Akt wird verurteilt, ah, ich bin scheiße, weil ich bei diesem Akt mit dabei war, verstehst du? und das ist diese ganz extreme, wirklich extremste negative Seite und das möchte ich gerne, ja, daher drehe ich dieses Video, weil vielleicht hat der eine oder andere den Anstoß daran, also nicht, dass man es gut heißt, bitte, nicht das falsch verstehen, nicht zu sagen, super, wir feiern jetzt den Typen, na, ist keine korrekte Sache, ich finde den Typen echt ekelhafter, so mit diesen paar Sachen ja mitgekriegt, wie der was mit der Frau, ich sage mal, was ist das für ein, keine Ahnung, wer wäre es ein ekelhafter, Schwachkopf, eigentlich, Schwachkopf ist mal so, ich meine echt, ein Trottel, ein gestörter Trottel, habe ich mir so gedacht, ich kann das gar nicht richtig, egal wie, trotzdem möchte ich eben, dass es, geht es darum, den nicht, nicht diesen Akt, nicht öffentlich so, natürlich, wenn ich jetzt aufrufen würde, dass man das normalisieren sollte und sagen sollte, wenn dir das passiert ist, ist das normal, dann wird das sicher nicht passieren, aber das wäre, glaube ich, meines Erachtens das Beste für die Opfer, dass die das Gefühl bekommen, die sind normal, das ist das Schlimmste, du hast das Gefühl, du bist nicht normal, du kannst dich nicht connecten, du kannst dich mit mir, mein Problem war, es hat über 40 Jahre gedauert, ich konnte mich mit mir nicht connecten, ich war immer wie zweigeteilt eigentlich, 40 Jahre, weil ich mich niemals jemandem, in der Psychiatrie nicht, bei den Psychotherapien, niemals getraut habe, mich dem Psychiater anzuvertrauen, das war zu extrem mit Scham versetzt, ich hätte mir lieber umgelegt, als das irgendwen mitgeteilt, und viel spielt eben mit, durch dieses, dass man von außen, das kriegt man mit, und dann potenziert man das wahrscheinlich ja noch einmal selber in sich, und die Leute sind da so drauf, das war ja auch meine erste Erfahrung, wo ich dann gesagt habe, das war vor drei Jahren in Schirngmai, da habe ich gesagt, so 40 Jahre meines Lebens verschissen, ich habe das geheim gehalten, das hat mich dahin gebracht, an den absoluten menschlichen Abgrund, da habe ich mir gedacht, so jetzt dann, egal wie, das wird nicht mehr geheim gehalten, das wird aufgearbeitet jetzt, und da war so, die ersten zwei Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, die mich so, die sich als meine Freunde geoutet haben, die waren so angeekelt von mir, die wollten mit mir danach nichts mehr zu tun haben, das ist nämlich geil als Opfer, dass die ersten, wenn du dich anvertraust, dann die so, weißt du, wo du merkst, so die ekeln sich voll an, und dann, dass die einfach keinen Bock mehr haben, die sich mit dir nicht mehr treffen, keine Zeit mehr und so weiter, verstehst du, aber die würden wahrscheinlich genauso mitschauen, ja, die Sau gehört verurteilt, und da ist die Frage, wer ist denn da mehr Täter eigentlich, wer ist denn jetzt mehr Täter, ich sage dir, und das ist ganz brutal, all die Leute, die verurteilt sind, mehr Täter, als der Christoph, so knallhart das klingt, aber das kann ich dir auch sagen, wenn die Leute nicht das so verurteilt hätten, urteilen würden, hätte ich das Problem nie gehabt, wäre ich überhaupt nie auf die Idee gekommen, ein Problem zu haben, weil ich das eh nicht gecheckt habe, in dem Alter, was da eigentlich abgeht, da passiert da eigentlich nichts, und heute kann ich ja sagen, ja, nee, was soll das, beim Arzt muss der auch deine Geschlechtsteile irgendwo hinzeigen, da kann er ein Trauma davon, verstehst du, wenn da schlecht geredet werden würde, dann hätte es da ein Trauma von, weil bist du auch ein bisschen schamig beim Arzt und so weiter, und das voll zu explorieren, wäre jetzt viel zu viel, was da die ganze Gesellschaft die letzten Jahrhunderte da in die falsche Richtung, oder nicht in die falsche, aber in eine sehr komische, in eine nicht opferfreundliche Richtung getrimmt hat, kann er jetzt nicht in einem Video mit 20 Minuten da irgendwie wieder in die richtigen Bahnen lenken, aber meine Freude wäre, wenn der eine oder andere darüber nachdenken würde, ob das, dass man vielleicht einfach leise sein sollte darüber, und sagen sollte, schlimm, dass so etwas passiert, ja, aber vielleicht irgendwie ein Ding setzt, zu sagen, ja, für die Opfer, es ist was Normales, da braucht man sich nicht zu schämen, da braucht man nicht, das wäre irgendwie viel wichtiger, dass das im Bewusstsein der Leute wäre, das würde den Opfern, den Kindern viel, viel mehr helfen, denn diese Kinder, die da bei MZL in den Fotos waren, die werden irgendwann mal 20 sein, und die werden sich niemandem anvertrauen, wenn ihr so weitermacht, die werden sich nie, nicht getrauen, sich jemandem anzuvertrauen, weil sie mit Scham besetzt sind, und werden Minderwertigkeitsgefühle haben, die werden sich irgendwo auswirken, wie das bei mir war, dass man irgendwie ein Niederschläge, um irgendwie ein Gefühl des Wertes zu kriegen, zu sagen, ich bin mal ober einen, das war ja so bei mir, es kann so sein, es kann sein, dass die Borderline-Störung kriegen, oder wir immer sich selber töten, sich aufschlitzen, und all so Sachen machen, also mit dem, wenn du wirklich diesen Kindern helfen willst, dann wäre es besser, zu sagen, ja, ist ganz normal, da braucht man sich nicht für schämen, wenn einem so etwas passiert, das ist so, wie wenn man, keine Ahnung, auf der Straße überfallen wird, und man wird ausgeraubt, da braucht man sich ja nicht dafür schämen, wenn man einen Unfall hat, mit dem Auto braucht man sich ja nicht dafür schämen, es ist einfach so, passiert einfach, es gibt einen Schuldigen beim Autounfall, bei sowas auch, passt, gehört verurteilt, aber nicht dieses, als so brutal, wie, oh, dass diese Kinder eigentlich immer mehr in einer traumatischen, oder aus dieser traumatischen Kapsel sich gar nicht mehr heraustrauen. Jetzt habe ich bestimmt super viel nicht gesagt, was ich mir aufgeschrieben habe, das weiß ich, ich lache ja darüber, ist eigentlich überhaupt gar kein Thema zum Lachen, aber es ist ein bisschen so, weil ich seit zwei Monaten wirklich schreibe, und ich habe manchmal zehn, zwölf Seiten gehabt schon, habe dann wieder neu geschrieben, das andere wieder gedacht, okay, das löschen wir lieber wieder, das ist zu. Ich glaube, eigentlich glaube ich, in dem, ein bisschen schlimm habe ich über den Bocher geredet, aber das war also meine Meinung, vielleicht gut. Und ansonsten hätte ich wirklich, vor zwei Monaten noch, da hätte ich echt so, da war ich noch so, da hätte ich echt gesagt, ihr Leute, die verurteilt, ihr seid schuld, weil das war, das hat mich 40 Jahre meines Lebens gekostet, und das erste Ding war auch noch die Bestätigung dazu, verstehst du, so, hey, naja, eine hat mir überhaupt, mit einer habe ich auch noch geredet, in Chiang Mai, die hat mich dann gleich auf Facebook blockiert, aber auch so, hey, naja, alles super, und hier, und, let's hang out wieder, und so, und da wollte ich sie auf Facebook anschreiben, denke mal, ich finde die nicht mehr, habe ich die nicht mehr gefunden, ne, hat die mich original voll wegblockiert, und, das trifft dich auch, es hat mich auch getroffen, aber ich wusste eben, aber so stark ist, bist du nur, wenn echt am Abgrund steht, sagst du, entweder, aus jetzt, oder sonst, hier, ich gehe in die andere Richtung, und, meine schaffen das eben, dann nie, weil ich vielleicht nie so, alleine, ich weiß es gar nicht, so ist es, ich bin wirklich gerührt, dass du mit dabei bist, bis zum Schluss, ich hoffe, ich habe in dich ein gewisses Bewusstsein gepflanzt, vielleicht bist du auch Opfer, und verstehst dich selber, ein bisschen, vielleicht hilft dir das auch als Opfer, den Hass auf den Täter zu nehmen, weil, es bringt nichts, es verändert, es, das bringt keine Heilung, keine Verbesserung der Emotionen, in keinem Bereich, das kann ich wirklich aus der Erfahrung sagen, in dem Sinn, ich danke dir, alles Gute. 's, du hast es, ich danke dir, ich danke dir, du hast es, du hast es, die убийine aus,